Wir haben gesprochen, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns hin und her ge-sms-t. Fuck! Da hab ich den aus den Augen verloren. Das nächste, was ich mitkriege, ist, dass er nicht mehr lebt. Und diese Meldung hat mich getroffen, also so wie jeden von uns das getroffen hat, aber dann auch auf einer anderen Ebene, dass ich auch noch sag, Mann, Kaya, der Dude ist tot, der ist nicht mehr da. Was ist mit dir, dass du nicht irgendwie ein bisschen Kontakt gehalten hast, du Schmock? Wir haben uns gut verstanden. Ich hab den zweimal in meiner Show gehabt. Ich glaube, das war die Kaya-Show und es war Kajas Woche. Und ich hab den so oft versucht einzuladen, wie ich konnte, weil ich liebe diesen Kerl. Einfach. Ne, ich hab echt gedacht, ey, der stirbt in mir weg und ich war so, äh, ich war nicht, ich war echt. Da bin ich mir, da bin ich mir so selber auf den Sack gegangen nochmal, wo ich gesagt hab, Mann, du hast deine fucking Handynummer hier drin. Und du hast einfach nicht, wir haben uns echt gut verstanden, war echt, das war ein ganz, ganz spezieller Typ. Ganz speziell. Ne, hab ich gedacht, du bist so... Dieses nicht Kontakt halten können, ja. Das ist, das ist, äh, das ist in dem Fall richtig tragisch. Wirklich, das hat mich so doppelt weggehauen. Ja, ich fang mal von vorne an. Also das, Mirko war der einzige... Typ, weswegen ich mir ein Ticket für eine Fernsehproduktion gekauft habe. Ich glaube, das müsste 96 gewesen sein, wenn es mich nicht täuscht. Und zwar, ich weiß nicht, war damals 96, war ich 23? Ich glaube, es müsste 96 gewesen sein. Ich hatte damals eine Freundin in Leipzig. Und wir haben mal wieder abends zusammen RTL Samsternacht geschaut. Und ich habe den Mirko gesehen, die haben mich so weggelacht. Und ich habe gesagt, dieser Typ ist special. Ich habe gesagt, ja, ist der nicht Hammer? Und ich so, das ist der einzige Grund, warum ich RTL Samsternacht gucke. That's my guy. Das war so, und wie gesagt, 23. Da habe ich gerade so ein bisschen mit Comedy so angefangen. Und der war so eine mega Inspiration für mich. Lange bevor ich meine eigene schonen Karriere hatte. Ich habe den so angeschaut und dachte, der Typ ist weltklasse. Weltfucking klasse. Und ich war ein riesen Fan. Also, riesen Fan. Ich habe wirklich jede Folge geschaut. Naja, so viel ich konnte. Nicht jede. Und dann habe ich zu meiner Freundin damals gesagt, komm, lass uns doch Tickets kaufen und nach Köln fahren. Und sie so, wollen wir das machen? Sag ich, ja, ja, komm, das ist geil. Das war der einzige Dude, für den ich das gemacht habe. Wir sind dann nach Köln gefahren, Hotel gebucht, alles. Und 96 hatte ich echt keine Kohle. Aber wir haben alles möglich gemacht. Weißt du, wir haben, glaube ich, die Karre von ihren Eltern ausgeliehen. Irgendwas haben wir gemacht. Dann sind wir da hingefahren, haben eine Nacht da in Köln verbracht, haben uns die Sendung angeschaut. Haben gehofft, dass er danach rauskommt, Autogramme gibt. Das heißt erstmal was, ne? Also, was für einen Stellenwert, der er bei mir hatte. Dann das nächste, was kam, war, ich war bei einer, dann habe ich ihn persönlich kennengelernt. 2001 müsste das gewesen sein. Ende 2000, Anfang 2001. Und zwar waren wir, Sat1 hat zu einer Pressekonferenz gerufen. Sat1 hat eine Pressekonferenz gemacht, zum Launch von Was guckst du? Bevor die erste Folge lief. Also, es muss Ende 2000, Anfang 2001 gewesen sein. Und in dieser Pressekonferenz waren die Klitschko-Brüder, Mirko Nonchef, Karl Dahl, Wiegald Boning, ich habe vielleicht zwei, drei vergessen, die damals bei Sat1 neue Shows am Start hatten. Und wir saßen da alle in diesem Presseraum, bevor es, nee, wir waren nicht im richtigen Presseraum, sondern wir waren so im Backstage-Bereich. Und da saßen es ja alle. Und ich war so ein Rookie, ich war ganz neu und habe plötzlich die ganzen Leute, die ich durch die Glotze gesehen habe, saßen da Karl Dahl, saß da. Da saß Mirko, der saß, glaube ich, sogar neben mir da, Wiegald Boning. Und ich saß da und so, what the fuck is going on? Ich habe das alles nicht verkraftet. Und ich weiß noch, dass ich mit Mirko geredet habe und so typisch Fanboy halt. Ich so, Alter, du bist so geil, was du hier so machst und wer du bist. Und er war so richtig, ich meine, er hat mit mir auf Augenhöhe gesprochen und ich war ein Rookie. Ich war gerade neu und er war schon eine Living Legend. Wir reden da vom Jahr 2000, 2001. Da hat er, glaube ich, mit RTL Samsternacht aufgehört und es kam sein neues Ding, Mirko Mania, hieß es damals. Und er hat Mirko Mania vorgestellt. Und er saß neben mir und ich habe keine, ich habe kein Ego gespürt, kein Showbiz-Ego, nothing. Der Typ hat mich angeschaut und mich so behandelt, keine Ahnung, als ob wir an einem Kneipentresen sitzen und das Business hat keine Rolle für ihn gespielt. Und ich habe ihn so, ich habe ihn natürlich gelobhudelt, weil es war einfach so und ich habe ihn so mit Augen angeschaut und ihm gesagt, ey Mirko, ich bewundere dich, du bist so eine Inspiration. Und er hat das so richtig so wie weggetan. Dann habe ich gesagt, hey, wo warst du denn die letzte Zeit? Ich habe auch nicht mehr so viel mitbekommen seit Älteren. Ja, ja, wir wollten was Neues vorbreiten. Oh, jetzt. Dann hat er noch, ich weiß noch, was er gesagt hat. Das wird ein geiles Teil, der kann sich aber anschnallen, ey. Und ich weiß noch, wie ich so gewisse Sätze von ihm noch direkt in mein Hirn eingebrannt habe aus dieser Begegnung und ich war so impressed von ihm. Aber ich muss mal ganz kurz nachdenken, ich habe ihn mit Sicherheit ein paar Mal dann getroffen beim Comedypreis. Aber ich glaube, bei einem Comedypreis oder bei einer Comedyveranstaltung saß ich im Publikum und da hat Mirko zwei Nummern gespielt, die Contrera nicht sein konnten. Und das sagt ein bisschen was über Mirko als Künstler aus. Das ist eine sehr, sehr interessante Beobachtung, die ich damals gemacht habe. Und zwar hat Mirko die geilste Nummer des Abends gebracht, alles gekillt und alle rasiert und die strangeste Nummer gemacht. Wo es fast eigentlich keine Lacher gab. Die Leute wollten lachen, aber die haben die Nummer nicht verstanden. Also, ich sage euch, was passiert ist. Und das war, wenn ich an diese Nummern denke, das ist unfassbar. Was für ein Typ Mirko, was für eine Range er hatte. Also, die geilste Nummer, die er gemacht hatte, mit der er rasiert hatte, war El Commandante. Die Figur habe ich geliebt. Und ich habe mich so gefreut auf El Commandant und dann kam der, der hat den Saal gekillt. Er war The Comedians Comedian, wie man so schön sagt. Also, das heißt, es haben auch Komiker über ihn gelacht, was nicht einfach ist. Und dann hat er alles wegrasiert. Und dann kam er ein zweites Mal und alle haben sich gefreut. Da kam er mit einer Figur, die ich das erste und das letzte Mal gesehen habe. Und zwar hat er einen Zauberer gespielt. Aber so einen in schlecht. Aber so richtig die Tricks funktionieren, nicht. Und die Übergänge waren am Anfang, die Leute haben es nicht gerafft. Ich habe es so relativ schnell gerafft, so, ah, das ist eine Parodie eines Zauberers. Die Leute haben wirklich gedacht, oh, vielleicht macht er ein paar Tricks. Und dann wussten sie nicht, funktionieren die Tricks nicht und das ist ihm unangenehm. Oder spielte das? Die waren hin und her gerissen, wie so. Ich dachte nur, natürlich sollen die nicht funktionieren, seit wann ist Mirko Zauberer, der ist Parodist, Comedian. Also, ich fand die Nummer geil, aber es gab kaum Reaktionen aus dem Publikum. Und dann habe ich eine interessante Beobachtung gemacht, Mirko war wie in seiner Welt. Und zwar bei beiden Nummern war Mirko in seiner eigenen Welt. Dass da 2000 Leute saßen, das hat er zwar gemerkt, dass da Lacher kam, hat er auch registriert, aber im Grund war der in dem Moment, wo er in seinem Element war, war der in seiner Welt. Und das muss eine schöne Welt gewesen sein. Das muss, keine Ahnung, ich würde nur für ein paar Minuten einfach nur in seinem Kopf leben, das muss einfach, das muss witzig sein. In dem Moment wurde er performt. Und beides Mal hat er durchgezogen und sich nichts anmerken lassen, egal ob es eine positive oder gar keine Reaktion gab. Und ich habe sehr viele Profis strauchen gesehen, wo keine Reaktion kam. Die fingen sich an zu schwitzen, sie haben angefangen zu stottern, wurden unsicher. Selbst Profis, Null. Weder bei der Nummer, wo er rasiert hat, noch da, wo es nichts kam, wo es nichts gab. Und das innerhalb von einer Stunde, anderthalb, hat er beide Pole abgeliefert. Und danach, das war für mich so krass, weil danach habe ich erkannt, wow, natürlich ist es ihm mit Sicherheit lieber, wenn er gefällt, wenn er die Leute zum Lachen bringt, ist ja klar. Aber auch, wenn er keine Reaktion kriegt, er spielt die Nummer durch. Da dachte ich so, okay, so funktioniert der Typ. Er ist in seiner Welt in dem Moment. Das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Dann das nächste Mal, als ich ihn gesehen hatte, war, also immer, wenn ich einen Backstage getroffen habe, super lieber Kerl, einfach down to earth. Was soll ich sagen, Leute? Da ist keine Spur von Ego da gewesen. Nothing. Nichts. Dann habe ich endlich mal eine Show gehabt, wo ich Gäste einladen durfte. Das war, glaube ich, die Kaya-Show. So. Das erste Mal, dass ich überhaupt Gäste einladen durfte, ich glaube, war 2013 bei Was Guckstu, durfte ich ja keine einladen. Und wen habe ich relativ schnell, ich glaube, sogar fast in der ersten Sendung, ich nagelte mich nicht fest, Mirko. Wir sind so eine Gästeliste durchgegangen, wen wollte ich schon immer mal haben? Und ich so, ich darf Gäste haben, Mirko fucking Nonchef. Dann hat er auch noch zugesagt. Ich so, yes! Und dann, weiß ich nicht, der kam, ich glaube, ich war in meiner Garderobe, ich wurde geschminkt, und da kam er so eingestürmt. Mit seiner zappeligen Art. Und ich so, fuck, Mirko ist da. Und dann, hey, Kaya, ich freue mich. Und dann ist er so voll abgegangen. Ich freue mich auch, Mirko, fuck. Und dann hat er gesagt, ey, muss ich geschminkt? auf seine Art halt. Okay, komm. Dann fing er so voll an, Backstage, nicht war so wie elektrisiert. Ich so, fuck, Mirko ist da. Ich habe mich so gefreut. Und er hat sich so gefreut. Nicht, habe ich gefreut, dass er sich gefreut hat. Er hat sich gefreut, dass ich mich gefreut habe. Dann habe ich gesagt zu Mirko, ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Er so, ja, 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 ihr habt mit dem Manager gesprochen. Er wollte, dass wir diese Nummer und so. Ich sage, Mirko, worauf hast du denn Bock? Pass auf, ich nehme dich als jemand wahr. Pass auf, ich lerne nicht so gerne Texte. Er so, ich auch nicht. Das wäre super. Deswegen machen wir eine Nummer ohne Texte, oder? Ja, Impro, Impro ist geil. So mit Geräuschen, ja, Grimassen. Ich spüre es euch, das war das Backstage-Gespräch. Ich sage, deswegen habe ich mir gedacht, pass auf, ich erzähle eine Geschichte und du verbildlich sie. Ja, ja, sowas wie, ihr wisst doch, ihr kennt doch diese Comedy-Nummern, wo ich einfach sage, ähm, hey, ähm, ja, ich wollte angeln gehen und stieg in ein Boot. Und dann fing er halt an, das pantomimisch darzustellen und mit Geräuschen, pantomimisch mit Geräuschen, wenn das kein Widerspruch ist. Nee, ich war noch nicht angeln. Oh, hat er wieder eingeguhlt. Ich musste erst mal vom Ufer weg. Nein, nein, ich bin nicht. Nein, geh zurück ins Boot. Das war eine geile Nummer. Es hat einfach Riesenspaß gemacht. So muss man Mirko auch einsetzen. So, das war meine Meinung. Ich habe gesagt, ich sehe das richtig. Ja, 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 ja. Ja, ich habe, ich bin, ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich kann Mirko als Künstler verstehen, wie er so ein bisschen getickt hat. Weil ich habe, ich habe nirgendwo sein physical Talent und Geräuschtalent. Aber ich habe auch so ein paar Prozent, wo ich Geräusche und Mimik mache. und ich weiß halt, wenn du das machst, dann willst du keinen Text haben, der dich stört. Und er so, so anyway, es war geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Er hat sich bei mir bedankt. Er hat gesagt, komm, komm, lass uns Nummern austauschen und in Kontakt bleiben. Dann haben wir das gemacht. und dann war ich damals auch besser und wir sind in Kontakt geblieben. Hey, wie geht's dir? Und da, 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 da. Und dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei Jahre gebraucht, bis ich wieder eine Show hatte, die funktionierte mit Gästen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Oder RTL sagte dann auch, hey, du kannst nicht Mirko jede Staffel einladen. Da ist ja noch ein bisschen Politik mit dabei. Weil ich hätte ihn am liebsten jede Sendung gehabt. und ich glaube, zwei Jahre später nagelt mich nicht fest. Irgendwann konnte ich ihn nochmal einladen und dann kam er zu Kajas Woche, glaube ich. Und dann haben wir wieder so eine Improgeile Comedy gemacht und dann war der aber nicht mehr ganz so fröhlich. Da habe ich gesagt, hey Mirko, was geht ab? Hey, wir haben den Kontakt verloren. Sag der, ja, schade. Und da habe ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, du meinetre, ich bin so, nimm es nicht persönlich, ich bin so, ich bin so scheiße mit Kontakt halten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht freue, dass du hier bist. Er so, ja, nee, verstehe, das ist kein Problem. Ja, war jetzt ein bisschen schwierige Zeit und so, jetzt geht es ihm besser. Und ich bin halt Respekt, also ich kannte ihn nicht gut genug, dass ich ihn gefragt habe, was war denn los? Ich habe nur gesagt, ja, geht es dir jetzt wieder besser? Er so, ja, es geht mir wieder besser. So, und irgendwie hatte der halt privat so eine schwierige Phase gehabt. So mehr weiß ich nicht, kann nichts dazu sagen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich in der Position war, ihn zu fragen. Nun habe ich das so gemerkt, er war so ein bisschen die Stimmung bei ihm war gedrückter als beim ersten Mal. Dann haben wir wie eine Nummer gemacht, dies, das, jenes, war auch wieder geil, hey, lass uns Kontakt bleiben, super. Und dann haben wir das auch ein paar Mal gemacht und er hat mich irgendwo gesehen, wo ich eine Nummer gemacht habe und er hat mir auch geschrieben und hat mich ein bisschen verarscht und hat gesagt, hier, hast du den Text vergessen? Also wir waren noch eine Zeit lang in Kontakt und dann wieder hier weg. Dann hatte ich auch keine Show mehr, wo ich ihn einladen konnte. Sonst hätte ich das gemacht. Er war einer der größten Talente, die wir hatten in Deutschland. Das ist so ein Typ, kommt nicht alle Jahre wieder. Ich rede auch von der Weltklasse-Ebene. So ein Mirko hätte Weltklasse, no doubt, das weißt du einfach, das spürst du. Ein Jahrhundert-Talent, sowas kommt nicht, believe me. Und ich kenne sehr viele Talente, persönlich, oder ich kenne auch Talente aus anderen Ländern. Und es ist so, fucking Mirko, es war echt unfassbar. Diese Art von Physical Comedy war Weltklasse. Und die Geräusche, das Timing, das Gesicht, die sind, jede Sekunde. Es war so kein Durchhänger in seiner Performance. Jede Sekunde, aber ich, du warst nur so, du warst einfach fasziniert. Ich meine, was soll ich euch erklären? Ihr kennt ja selber. Und ich war einfach nur vor der Glotze. Egal, ob ich 23 war, oder 43, ich war immer nur unfassbar. True Talent, Leute, true Talent. Ja, und ich bin irgendwie so, ich bin auf der einen Seite, wie ihr alle so, fucking immer noch geschockt. Ich hab ehrlich gesagt keine Worte gefunden, ne? Als die Statements reinkamen, ich so, ey, ich find keine Worte für ein Statement. Hab ich nicht. Und ich find, ähm, ich hab auch keine vier, fünf Zeilen. Ich kann Mirko nicht in vier, meine Gefühle für ihn nicht in vier, fünf fucking Zeilen auf fucking Twitter pressen. Ich, ey, also erstmal konnte ich gar nichts. dann stand ich auch noch auf der Bühne und hab das erstmal woanders hingepackt in meinem Kopf. Ich so, dann hab ich das erstmal so verarbeitet für mich und das, das hat ein bisschen gedauert. Dann hab ich das alles, was ich euch jetzt erzählt hab, erstmal für mich Revue passieren lassen und verarbeiten müssen. Ich hab gesagt, was waren eigentlich die Stationen? Was waren eigentlich meine persönlichen Stationen mit Mirko? Und dann hab ich total vergessen, dass ich 96 nach Köln gefahren bin von Leipzig so als einziges Mal, dass ich überhaupt ein Ticket für eine Fernsehshow gekauft hab in meinem ganzen fucking Leben war für RTL Samstag. Übrigens, Depeche Mode ist da auch aufgetreten, wo ich auch ein riesen Fan von bin. Ich hatte so, what? Ist ja jetzt schon Weihnachten? Wir haben einfach das Ticket gekauft, weil wir wollten einfach Mirko sehen und dann hatten die Depeche Mode 96 oder so auch noch im Angebot RTL Samstag. Das war einfach eine Hammer Show. Ach, Leute. Also, ich war so geschockt wie alle auch. und hab dieselben Gefühle wie ihr. Aber on top ist eine fucking Nummer hier drin. Das tut noch mal weh. Ich hab seine fucking Nummer immer noch hier drin. Das ist das, was noch mal weh tut. Wo ich sag, du das ist bin so sauer auf mich. Nicht, dass ich irgendein Schicksal geändert hätte. Das sag ich nicht, sondern einfach da wurde mir so bewusst, wie fucking endlich das Ganze hier ist. Und es soll jetzt keine blöde, weiß ich nicht, es soll nicht so blöd rüberkommen, aber es ist so, Mann, ich geh mal davon aus, dass die Leute ewig da sind. Ich geh nie, ich weiß nicht, warum ich so dumm bin. Ich geh mal davon aus, bis ich ihn schon irgendwann getroffen hätte oder ihn wieder eingeladen hätte. So dumm. fucking die Leute sind nicht ewig da. Ach, fuck. Mann, jetzt hole ich euch wieder ab, du mal leid. Blöde Scheiße, ey. Und warum denke ich das, dass die alle ewig verfügbar sind, die Menschen, die ich lieb habe, die ich mag? Wieso denke ich das, ich bin so dumm? Fucking, hier ist seine, hier ist seine Nummer hier. Ah, das sind doch schöne Erinnerungen, freu dich. Ja, sie sind halt bittersüß, diese fucking Erinnerungen. Und was wehtut, ist, dass das so viel Potenzial war in der möglichen Freundschaft und ach, naja, vielleicht hat er auch keinen Bock auf mich gehabt. Wenn er mich näher kennengelernt hat, er hat gesagt, du bist ein Schmuck, ich versuche mich damit zu trösten. Ach, Leute. Er war echt fucking special. Und, ähm, dieser, äh, dieser Gegensatz, also so gegensätzlich, wie die zwei Aufdrill waren, von denen ich euch erzählt habe, wo ich so gecheckt habe, wie der, wie der funktioniert. so gegensätzlich war er, er hatte so ein unfassbar Weltklasse-Talent und dann so gar kein Ego. Das ist so für mich so, hä? Ich kenne es auch andersrum. Ich kenne Leute mit so einem Talent und so einem fucking Ego. Ich sage, äh, who the fuck are you? Und ich habe auch kein Problem damit mit Leuten mit riesen Talent, riesen Karriere und einem riesen Ego. Habe ich kein Problem mit. Ich finde jetzt Ego ist per se nicht schlecht. Es ist so, fine. Fair enough. Aber ich habe noch nie einen kennengelernt, der so gegensätzlich war, so. Anyway, special guy. Here's to you, Mirko. Bring dir jetzt alle zum Lachen, egal wo du bist. Die haben sich auf dich gefreut. Hier unten vermissen wir dich. Das ist so,